Weil da ist ein Pflichter. Salzburg-Ebert, genau. Wir sind in Salzburg-Mieter. Das heißt, wir sind da. Das ist eh nicht wahr. So, Fingerbreite. Fingerbreite? Fingerbreite vom Flughafensimmer entfernt. Nein, nein, ich mache Hunger. Wo ist der Maßstab? Da gibt es nicht einmal einen Maßstab. Wir sind in Salzburg. Ich möchte schnell die Fingerbreite, wie weit die ist. Zwei Kilometer, Alex. Oh, Alter! Wie weit ist der Mensch aus der Schoß? He, Taxi! Mit dem war ich dein Arsch und mit dem bricht das Knacken. War ein Taxi? Ja. Wirklich? Wir sind nicht am Schwedenplatz. Bist du etwa der Sichtsaute?